die bretter und stein erforscht okay kann ich mir da jetzt bauen ein blitzableiter stimmt ja kann ich irgendwie nicht da jetzt kann ich platzieren blitzableiter wieder gebaut warum hast du ein blitzableiter ja warum so wenn er bei mir regnet also gewittert das auch wenn das bei dir noch nicht wahr ist doch wegen ja aber gewitter hatte ich jetzt noch nicht ja macht es gerade angst dass ich keine steine fände ganz ehrlich das ist doch zum kühlen und so viele kaninchen hier nein ein steiner war kein goldstein der sieht voll geil aus das andere ding verbrennen das geht der bauch hin kein goldstein und meine guckt war in meine meine sachen naja festsack wollen sie mich mal noch holen lassen nach die blumenkrone die blumenkrone geht ja auch kaputt sehe ich gerade so jetzt brauche ich jetzt mal noch ein speer dann habe ich das auch erforscht den kann ich dann immer bauen brauche ich sowas dafür brauche ich zwei strings kann ich denn da jetzt noch bauen ein hammer kann ich da unten weiter gehen in die hakt geht habe ich mir ein hammer gebaut kein nickel kein nickel kein nickel kannst du welches von mir haben ich brauche noch ein scheiß gold ne ich sammle schon so oh jetzt komme ich in das scheiß gebiet hier rein ne wop einen brauche ich noch davon von dem wop von dem wop 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 hier hängt von mir was rum dass ich mir eine schaufel abenden kann und mit ihm kann da vorne war ein spinnnetz da liegt doch krass rum zweimal aussicht wie mir das macht hallo hause hast du denn die falle schon gebaut ne da so ein Stein also flints nach was bescheiden so die sach ist erstmal alles aufwäsch'n gerade aufwäsch'n aufwäsch'n Also sonst verstört das da drauf hab ich keinen bock ich glaube das ist nämlich gar nicht gut ok ja ich will doch nur ein scheiß gold finde ich hinschmeißen nein wir sind mal wieder spinnen ach du kannst das doch nicht hinsetzen ja du weißt auch stein ist ich idiot ist doch nicht wahr ach so das ist sowas ok der hat mir auch kein angezeigt den stein marble marble rüstung marble vier bretter zwei steine und sechs gold oh sechs gold ich wäre mal froh wenn ich jetzt ein gold hätte ich finde nix ich bin die ganze tage schon am rum tingeln hier damit ich mal was finde centus was ich gerade bei mir oben sehe meine leiste dass es dunkler wird dauert noch meine meine blaue leiste ist voll klein geworden ja meine also die obere dark leiste die ist voll klein geworden bei mir ja ja die hat jetzt zwei streifen nur noch meine auch warum das denn keine ahnung frag mich nicht ich weiß von nichts hast du gecheatet hast du auch so eine komische lebende frucht gegessen oder so vielleicht ist man nicht komisch sie das gerade erst mal nein wieder feuer entfachen und zack war das aus das war bisschen holzkohle machen nichts zu sehr überspringen nichts zu sehr überspringen ich frage mal ganz schnell die 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 denkt daran das essen zu essen ja mache ich ja jetzt habe ich denn da noch so ein speer hatte ich da machen wir uns mal ob ihnen ist so sind scheiße eine schist kann ich mir noch mal gleich um ach noch mal breiter stimmt ja was ist das denn für ein ring also nicht habe ich auch gefunden haben wir mal so ein eichmelding gebaut ne ok du sucht die man für das ding da ist aber naja er schluss ich finde aber gar kein gold ich glaube da ist noch viel mehr dazu kommen eben noch viel viel mehr ich kann mir stein machen machen ne so ein sucht die ne was gut dafür um dir echt eine mauer zu machen ach gern so hab mir ein bisschen mauer gesetzt komm komm sammeln die ganzen steinen einem wie kann ich denn noch so bauen was war das andere denn nochmal Temmels misura ey keine ahnung wofür das ding ist Drain-o-meter ok ok ich brauche zwei vier gold bäumen noch ich brauche wieder holz das hat für ein schwarzes kaninchen da hm komisch ich brauche kein holz ich brauche scheiß gold kann ich bei mir immer noch holen das gold haaaaaaah ich glaube die ganze hier rum und finde noch kein einziges gold dann habe ich ein vollbart aber das gehirn macht mir grad sorgen kein spitzack mehr wieso machen wir das gehirn grad sagen ich habe da nur noch 70 was wieso hm weiß ich nicht mein gott ey flash gold gold haben wir nicht hier wirklich schön viele steine auch mit gold bam 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 was das andere ist ich tausch gegen essen aha geht nicht aha zack 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 ist doch nicht wahr hier komm ich mal den pilzer auf hier warte ich habe ja diese hier im rei ups kommen wir erstmal an die dann bauen wir alles hier an jetzt gibt es so eine komische pick damit kannst du quadratisch äh Erdfelder abbauen und dann woanders hinsetzen wieder ok ooooh das sieht aus ob ich hier irgendwo gold finden könnte gemein ja dann kann ich das nämlich bei mir dafür hin tun jawoll gold nugget yay wurde auch mal zeit du hast ja lange gebraucht hm länger als ich weißt was ich jetzt ge-